Norddeutscher Rundfunk 2020 Ist das der Sonderzug nach Bangkok? Ist das der Sonderzug nach Bangkok? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Bangkok? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent. Und will das Spiel mit ner Band. Ich hab n' Fläschchen Kognak mit. Und das schmeckt sehr lecker. Das schürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sage Honey, ich sing für wenig Mami. Im Republikverlass, wenn ihr mich lasst. All den ganzen Schlageraffen dürfen da singen. Dürfen ihren ganzen schwarzen Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo. Der darf das nicht, denn das verstehen wir nicht. Ist das der Sonderzug nach Bangkok? 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 Na? Na, na! Ich bin gar nicht schön. Ich bin gar nicht so. Und Olga von der Olga steht übern roten Platz, bis die Sichel sich verbiest. Jessie! Dann sind wir mit den Genossen durch die Kneipen geschossen. Der Wodka war stark, nachts im Gorkypark. Wie sie mich küste, wie Jessie mich küste. Ich kapitalist, imperialist, oh, wenn da's Lenin grüßt. Moskau ist ne Wahnsinns-Alli-Galli-Stadt. Aaaaaaaii! Hey! 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 Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir waren so richtig Freunde Für die Ewigkeit Das war doch klar Haben die Wolken nicht gesehen Am Horizont Bis es dunkel war Du und ich, das war Einfach unschlagbar Ein paar wie Blister und Donner Zwei wie wir Die können sich nie verlieren Hinterm Horizont Geht weiter Ein neuer Tag Hinterm Horizont Immer weiter Zusammen sind wir Stein Das wird uns gehen so tief rein Das kann nie zu Ende sein So was Großes Geht mich einfach So verraten Geht weiter Ich bin schon Das Ensemble des Musicals Hinterm Horizont Wir sind Josefine Busch und Sebastian Zieroff Vielen Dank für euren Besuch